Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play City Skylines hier in unserer wunderschönen Stadt. Wir haben mittlerweile 51.000 Einwohner und so langsam bekommen wir den Verkehr auch in den Griff. Zumindest hoffe ich, dass es so bleibt. Ich bin mir da noch nicht so sicher, aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen, meine Freunde. Was machen wir heute? Ich weiß es nicht. Ich weiß, sie das sehr gut vorbereitet, aber ich spiele einfach drauf los und es wird sich schon was Schönes ergeben. Wir schauen hier mal. Schönheit übrigens. Schönheit müssen wir mal schauen hier. Hier ist nicht so schön, Leute. Ein bisschen Picknicken. Picknick kommt doch immer gut, oder? Hier ein bisschen Picknicken. Ja, ein bisschen Picknicken. So ein Hundepark vielleicht noch. Wo ist ein Hundepark? Da muss doch hier irgendwo sein. Da ein Hundepark. Nee, aber die Eckhäuser will ich ja behalten, ne? Hier lieber ein Sensor. Da ein Hundepark. Und hier ein Hundepark. Und weil es so schön ist, machen wir hier auch noch einen hin. So hier. Ach so, schon sieht das alles sehr viel freundlicher aus. Die einzigartigen Gebäude machen wir etwas Kopfschmerzen. Denn sie sind einfach laut. Was ist das Krankenhausplatz? Moment, haben wir? Das sind Gewerbe. Ist hier. Da könnten wir ja mal sowas hinstellen, ne? Wenn wir hier Krankenhausplatz und hier Platz der Toten, ne? Ist ja auch wichtig, dass man die verstorbenen Lieben irgendwo besuchen kann. Das ist eigentlich der Friedhof, aber wenn es hier extra einen Platz noch gibt, warum denn nicht? Schauen wir uns den anderen auch noch an, natürlich. Krankenhausplatz. Sieht aber komisch aus. Sieht aus wie Aliens. Na ja, na ja, na ja. Nicht genügend Kunden. Ja, ja, ja. Es kommt alles, Leute. Es kommt. Wir werden ja immer eine größere Stadt und dann kommen auch mehr Kunden. Früher oder später. So. So, so, so. Wir schauen hier noch weiter. Wir haben jetzt alles was hier. Shoppingstatue. Stadt hat minus eins Geld. Ja, das werden wir wohl nicht erreichen. Freundlicher Stadtpark. Ja, das können wir doch hier drüben hinhauen. Zu unserem Bürogebäuden. Zack. Ja, das macht, wie gesagt, man macht das halt immer ein bisschen Kopfzerbrechen, weil die Dinger halt immer Lärmproduzenten sind, ne? 25 Lärmbelästigung. Und wenn wir letztes Mal gesehen haben, da ist eine U-Bahn-Station. Wo war das? Das war hier irgendwo. Hier. Ah, diese U-Bahn-Station war das. Da steht gar nicht, was die in Lärm macht. Müssen wir doch hier gucken. 50. Okay, 30. Ja, aber die ging ja nicht, ne? Wir müssen ja 50. Macht die Lärm. Ja, gut. Bisschen leiser, aber trotzdem da ist es schon rumgeheult. Ja, ich tue laut hier. Scheiße, Mama. Dass sie eine gute Anbindung hier haben und überall in die Stadt kommen, das wollen sie nicht sagen, ne? Hauptsache meckern. So, wie sieht's aus? Krankenhäuser haben wir genug. Feuerwehr. Feuerwehr sollten wir mal ne große bauen, hab ich jetzt. Was kostet der Spaß? 1.440. Und die hau ich hier hin. Die hauen wir hier hin. Ähm. Die hauen wir. Die hauen wir hier hin. Okay. Drei Häuser, ne? Da müssen so ne drei Häuser weg deswegen. Was soll denn das? Zwei Häuser, okay. So, das müsste jetzt ziemlich viel abdecken. Ja, okay. Hier zumindest. Das meiste von hier. Äh, hier unten können wir ja noch ne kleine hinhauen. Passt denn hier eine hin? Hier wird eine hin passen. Dann machen wir hier ne kleine hin. So, da müsste jetzt eigentlich das meiste abgedeckt sein von Feuerwehren. Das finde ich auch sehr gut. Dan-da-dan-dan. Unser Erdbeerpark. Er läuft. Erdbeerpark. Was ist denn hier los? Ähm. 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 Äh, irgendwie. Wieso? Lauf. Läuft dieser Bahnhof nicht mehr? Warum? Was? Ähm. Verschiebe ihn mal kurz. Ne, ich verschiebe ihn nicht. Ich reiß ihn kurz weg. Irgendwas stimmt, oder? Und jetzt holen wir uns wieder einen Bahnhof. Moment. Was soll denn das jetzt? Das war... Oh ne, kein Schiff. Normaler Bahnhof, bitte. Hier hin. Was war denn das jetzt? War da etwa ein Bug? Oh ne, es ist immer noch ein Bug. Wo ist der andere Bahnhof? Da. Was soll denn das jetzt? Warum? Okay, so langsam. Geht's weiter, aber... Haben wir zu viele Güterzüge, oder was? Haben wir zu viele Sachen, wo wir verkaufen? Das wäre natürlich blöd. Denn ich kann keine... Äh... Zweite Linie nach draußen machen. Das könnte ein Problem werden. Also ich kann keine... Zweite Bahnlinie irgendwie außerhalb der Karte... Also... Ja. Also... Wie soll ich das jetzt sagen? Kein... Zweiter Ausgang für die Bahnlinie machen, so an den Kartenrand. Das kann ich nicht. Das lässt das Spiel mich nicht machen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, aber... Müssen wir mal beobachten, wie das weitergeht dann. Was ist das für ein Zeichen schon wieder? Nicht genügend Treibstoffe an dem Moment. Haben wir genug Strom? Ja, haben wir. Also tschüss. So, wir haben immer noch mehr als genug Strom. Kannst du auch noch weg, oder? Der Kerl. So, hier. Wollen wir doch gar nicht lang rum, Leute. So, dann kann das hier hin. Das hier hin. Dann sieht das doch auch wieder schöner aus. So muss das. Was ist hier los? Moderne Möbel. Das sind aber sehr modern. Hm. Also das möchte ich nicht bei mir zu Hause haben, aber... Wem es gefällt, ne? Oh, die arme Bäume, Leute. Wo bräuchte ich das mal an. Das ist ja scheiße Schmutzung hier. Hm, wie sieht es eigentlich aus mit dem Müll? Oh, 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 oh. Wir bräuchten noch ein paar Recyclinganlagen. So, hier zum Beispiel. Und hier noch eine. Ja, gerade so, ne? Hier unten können wir ja auch noch was hinstellen, dann. Hm. Naja. Da drüben ist es heute Großstadt schon, ne? Also, für mich ist es schon... Was hatten wir in der letzten Stadt? 80.000 ungefähr, ne? Aber hier ist unser absolutes Highlight, ne? Hier. Unser Goldner Hamster. Ich finde den genial. Ich mag den Goldner Hamster. Dann, dann, dann. Wie sieht es denn hier aus? Verkehrmäßig. Ja, ein bisschen. Hier wird es jetzt auch immer voller, weil wir hier auch immer mehr rein wollen, klar. Dann werden wir hier wahrscheinlich im Kreisverkehr noch... Ich glaube, jetzt machen wir mal direkt, oder? Da müssen zwar einige Sachen jetzt abgerissen werden, aber... Ich glaube, die Idee ist nicht so blöd, hier einen Kreisverkehr reinzuholen. Ist, glaube ich, besser. Ja. Hier noch. So, und jetzt Kreisverkehr, Kreisverkehr, Kreisverkehr. Dupi-di-du. Großer Kreisverkehr. Großer Kreisverkehr. Ähm, so ungefähr. Hupsel weg. Ich muss echt mal nach Kreisverkehr schauen. Irgendwie, ja. Ich bin irgendwie vergesslich. Ich will das immer alles... Ich will immer nach allem schauen und dann vergesse ich es doch wieder. So, hier. Ähm, dann Autobahn mit dem hier, ähm... Machen wir... Können wir da direkt... Nein. So nicht. So, hier. Ja, von mir aus kannst du... Ein kleiner Knick geben. Ein kleiner Knick von mir aus. Aber andersrum, bitte. Andersrum. Mach du... Ach. Dieses Spiel. Ja, okay. Gut, damit kann ich... Kann ich damit leben? Ja, das sieht ja nicht so schlimm aus. Es geht. Damit, damit kann ich leben. Jetzt weiter auf Play. Auch cool, wie die dann immer hier stehen, hä? Hier war doch wohl eine Straße. Ähm... Vielleicht mal hier... So, dann bauen wir hier wieder. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Und hier auch. Dann, 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 dann. Das ist schon gut. Das ist... Hier ist eigentlich ein... Gutes Geschäftsviertel, ne? Direkt von der Autobahn und so. Aber ich glaube, ich habe es jetzt verschlimmert. Oh, das muss ich noch einkaufen hier. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Aber eigentlich ist es doch besser hier. Wenn, wenn... Wenn... Also eine Auffahrt und eine Abfahrt ist, oder? So wie... Besser wie... So, das... Dieses Gemurkse, was ich sonst manchmal mache. Hier einfach... Verbinden und dann mit einer Straße hier laufen. Aber irgendwie... Wollen zu viele auf einmal in unserer Stadt. Habe ich das Gefühl. Mal wieder. Was sieht es denn hier unten aus? Ähm... Hier. Ja, hier wollen jetzt nicht mehr so viele rein, ne? Hier sind ja alle Wohnungen schon vergriffen. Und hier oben sind vielleicht noch ein paar frei. Deswegen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Das wird von alleine abgerissen. Dank dieser genialen Mod. Dämmelisch irgendwas. Hier hat es sich auch beruhigt, ne? Also, so viel können wir nicht falsch machen, ne? Also, wir haben den Verkehr jetzt doch schon wieder... Ja, ja, ja. Also, auf jeden Fall besser im Griff. Wenn die hier nicht so bescheuert fahren würden... Äh, das geht's grad. Oh, warte. Ah, doch. Tatsächlich. Ach, der holt die geilen Möbel. Die moderne Möbel hat er jetzt abgeholt. Oder hat Holz geliefert. Das... Weiß ich nicht. Nein, uns fällt nichts Moderneres ein. Ist doch schön hier. Schöne Traktoren, wo wir rumfahren. Kann man die eigentlich... Die Essensverpackung gehört der Traktor. Oh. Und da sind die Schweinchen dazu. Kann man denn auch Namen kennen? Schwein. Du heisst jetzt Schweinchen... Babe. Wer kennt den Film noch? Ist jetzt unser Schweinchen Babe. Und es darf nicht geschlachtet werden, Leute. Nein. Ah. Hm, 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 hm. Diesen Berg. Aber wirklich... Wir haben jetzt doch... ...den Großteil der Staus... ...behoben. Oder zumindest, ähm... ...nicht behoben, aber es läuft flüssiger wie vorher. Sagen wir so. Ähm... Nur hier oben. Das macht mir jetzt ganz gewaltig Sorgen, Leute. Irgendwie war der Kreiswerker vielleicht nicht die richtige Idee. Aber wie denn sonst? Wo wollen die denn alle hin? Weil alle hier ins Stadtzentrum, wie es aussieht. Ein Großteil davon. Was macht hier ein Traktor überhaupt? Ist das ein Renntraktor gewesen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh... Es staut sich halt doch ganz schön hier. Ähm... Hm, 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 hm. Lasst uns was probieren. Lasst uns was Verrücktes probieren. Die wollen alle... Die wollen... Nein. Jetzt... Die wollen ja alle hierhin eigentlich, ne? Machen wir doch da mal noch eine Auffahrt extra. Mal sehen, ob die genutzt wird oder nicht. Bezweifle es zwar etwas, aber... Lasse mich gern eines Besseren belehren. Wird nicht wirklich benutzt. Ein schöner Plan durcheinander. Aber die meisten holen auch gar nicht da hin, wo wir von der Autobahn kommen. Okay. Machen wir das wieder zurück. Kein Problem für uns. Hier. Und zack. Schon wieder dein Fehler behoben. War ein Versuch wert, fand ich. Aber schade. Schade, schade, Schokolade. So, ansonsten... Oh, Müll. Müll, 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 Müll. Was ist mit Müll? Eigentlich reicht es noch. Was soll das? Was soll das, ihr Müll halten? Holt ihr den Müll jetzt ab? Ihr kommt hier rein. Hier ist kein Stau. Ein bisschen halt, aber nicht so viel jetzt. Ich hoffe, sie holen das bald. Wäre schön. Mh, 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 mh. Naja. Naja, nein, 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 nein. Mh, mh, mh. Oh, Verbrechen ist hier unten. Das ist aber nicht nett. Verbrechen lohnt sich nicht. Da haben wir doch eine Polizeiwache. Also, wenn du das nicht hinkriegst hier... Na, ja. Dupidupidu. Dupidupidu. So, das hätten wir, das hätten wir echt... Ja, wir sollten vielleicht noch ein, zwei Krematorien bauen, habe ich das Gefühl, irgendwie. Da ist eigentlich einer. Das müsst ihr doch nicht erschaffen. Hier oben sind sogar zwei. So, ich bitte euch, Leute. Das müsste doch voll klar gehen. Also, ich denke, das kriegen die hin. Haben nur gerade irgendwie viel zu tun, deswegen. Naja, ich denke, die kriegen das hin, früher oder später. Das war's aber schon wieder für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.